Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Du liebst Musik und hast Talent Doch nur weil dich keiner kennt Schenkt man dir auch kein Gehör Casting ist das Zauberwort Der schnelle Ruhm erwartet dort Also nutze deine Chance, den Karsten gibst du dann dein Bestes, der Dieter mobs und du verlässt es. Dieter Polenum soll der Teufel holen, Dieter Polenum sollte man den Arzt versohlen, Dieter Polenum ist ein böser Mann, der im Grunde genommen gar nichts kann. Oh 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 Hier schreibt der Typ wie wild, seine Meinung unantastbar Der Mann hängt uns zum Hals heraus Wann ist der Ofen endlich aus? Dieter Polenhof, soll der Teufel holen? Dieter Polenhof, sollte man den Arsch versohlen? Dieter Polenhof, ist ein böser Mann Der im Grunde genommen gar nichts kann Wie lange wollt ihr diesen Nichtsnutz dennoch sehen? Es ist für ihn schon lange, an der Zeit zu gehen Dieter Polenhof, soll der Teufel holen? Dieter Polenhof, sollte man den Arsch versohlen? Dieter Polenhof, ist ein böser Mann Der im Grunde genommen gar nichts kann Oh 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 Vielen Dank.